Ich habe es auch noch nicht gefunden. So. So, von den Salination-Blöcken und Welles und alles ist es jetzt fertig. Es fehlt nur noch die, in Anführungszeichen, du wahnst, Solar-Panel. Oder war das Generator? Nee. War schon richtig. Solar... Ah, da. Advanced Solar Generator. Wir brauchen 2x Enriched Alloy und 4 Solar Generator. Also brauchen wir jetzt zusammen 16 Solar Generatoren. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, aber die Pipes von Mechanismus sind noch ein wenig verpackt. Warum? Äh, kommen wir kurz runter. Jo. Hier hinten habe ich eine Pipe weg gemacht. Wenn ich die jetzt wieder heransetze, werden nicht alle grün aufleuchten, aber die Energie fließt trotzdem. Okay. Merkst du hier dann schreibst du ins Forum? Das habe ich nämlich letztens auf Bad Tribolo gesehen, dass er sich darüber aufgeregt hat. Er hat gedacht, dass der Strom dann trotzdem nicht fließt, aber anscheinend fließt er doch. Okay. So, hilfst du mir jetzt mal mit den Solar Generatoren? Klar. Also. Machst du für die Solar Generatoren die Einfachen schon mal die Energy Tablets? Dann mache ich die Solar Panels. Ähm. Energy Tablets. Was machst du? Ähm. Vom Solar Generator die Solar Panels. Okay. Warte, dann muss ich wieder. Wir sind unter einem Stack, äh, unter 64 Stacks Redstone. Ahja. Ich mach mal gleich den Dynamic Tank fertig. Kommt da jetzt überall noch, ähm, den ihr Dynamic Tank kennt oder noch Glas? Äh, da kommt noch, äh, Glas hin. Ich denk normales, oder? Ähm. Halt so wie ein normaler Tank. So wie der gebaut wird. So ist auch der Dynamic Tank. Ich schau mir jetzt mal weiter nach. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Dictionary? Nope. Steel Casing. Dynamic Tank. Dynamic Glass. So. Okay. Machen wir mal später fertig. Ich will jetzt erstmal die Solar Generator fertig kriegen. Okay. Solar Panels. Hier brauchen wir Glass Panels, Enrich Deloy, Osmium und Redstone. Drei für... ...einen Generator. So. Also brauchen wir... Diamond Field 12. So. Das wird dann... Wie viel, äh, Advanced Solar Generator machen wir? Ähm, sagen wir es so. Wir brauchen ja vier. Okay, dann brauche ich zwölf Energy Tablets. Ich unterbreche mal ganz kurz hier auf. So, da sind wir wieder. Kann man keine Unterbrechung. Immer diese Mütter. Oh ja. So, wir brauchen... Solar Panels. Und zwar 48. Und zwar 48. Viel Spaß. Hm. Ich muss nur... Wann, da muss ich echt zu wenig machen? Ich muss nur vier Stück Energy Tablets machen. Ja. Das war eine dumme Aufteilung von mir. Ähm, du konntest mir aber nochmal ein bisschen Glas machen. Ein paar Glasscheiben. Ja. Ähm... Band. So, wo haben wir noch Enriched Alloy? Enriched Alloy habe ich in Inventar und wird gerade hergestellt. Kannst mir grad was zuwerfen? Wie viel hast du? Ich hab nur noch zwei oder drei Stück. Wie viel Glas brauchst du? Ähm, ich brauche insgesamt noch... Noch 36 Glasscheiben. Ja, das geht ja. Okay. Ich mach die Metallistic Infusion noch ein bisschen schneller. Kannst du machen. Ich will das heute nicht noch fertig kriegen. Ey, schau mal da rein. Warte. Eins ist fertig. Eins ist fertig. Alter. Fünf Speed Upgrades. Hm. Ich will auch noch fertig werden. So. Achso, was wir vielleicht noch zu diesem Loch erwähnen sollten, was mir grad so einfällt. Es ist ein kleiner Teil von unserem neuen Haus. Man wird das nicht glauben, aber es ist ein Teil von unserem Haus. Oh, hier ist noch die Schlucht. Was ist denn da? Wir haben eine Schlucht. Ach, die Schlucht. Ach du heiliges... Ach scheiße, das sind ja viele Erze. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schreibe mir heute noch eine Klausur. Ich kann mir das nicht erlauben. Ich brauche Glas. Bist du schon Glas am machen? Oder? Äh... Ja, ich habe 32 Glasscheiben. Ja, das reicht. Glaube ich. Danke. Das war alles an der Welt schon neu, okay. Was kann ich denn noch für die Solarpanels machen? Brauchst mir um das. 3 x 12. 3 x 4 ist 12. Wir brauchen hier dafür... Da hattest du noch 2 Glasscheiben im Inventar? Nee. Ich habe nichts mehr. Genau, die 2 Glasscheiben fehlen nämlich jetzt noch. Oh. Ja, warte, ich mache noch welche. Und 1 Invaged Alloy. Ja, warte, ich habe noch 9. Ja, okay. Siegen hier. Danke. Ah nee, in welcherlei hatte ich ja noch 1. Stimmt ja. Aber ich brauche die trotzdem noch für die Solargeneratoren. Brauche ich noch was. Ich will gerade noch den Osniumdust machen. Wofür den Osniumdust? Ah, für den Generator, stimmt ja. 4 x 4 x 2. Okay. 16 x 32. Okay. Ich habe jetzt nochmal Glasscheiben gemacht. Jo. Weil es mir auch noch einfällt was wir erwähnen können. Wir haben nämlich nochmal ein bisschen an der Stromversorgung gearbeitet und wir haben jetzt 2 Wind Turbines. Da oben krass. Ah, da. Da oben krass. Ah, da. Mhm. Da oben krass. Ein Problem. Und was muss ich jetzt noch mal rein tun? So. Hast du die Energy Tablets schon? Ja. Ich habe 4 Stück. Dann haben wir einen Solargenerator. Wir brauchen 4. Dann schmeißen wir jetzt zu, dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich. Okay, ich brauche doch mehr. Ich brauche 16. Ja. Juhu. Und du hast auch noch einen zugeworfen. Achso. Ich soll dir mehr zuwerfen? Ja, ich bin unten. Danke. Ich werde ja schon diese Lager. Gerade zum anderen vorbereiten. Was brauchen wir jetzt noch? Ich brauche ja schon wieder einen Stack Eisen. Damit ich noch mehr in RIDscht aloe mache. Unser Eisen schwindet gerade. Na ja, wir werden sich damit etwas herstellen können. Ja. Dauert ja noch ein bisschen bis der Bug behoben ist. Mhm. Und nein, wir werden keinen Bug-Using betreiben. Das war ein Witz. Aber... Wir werden jetzt einfach ein bisschen drücken. Einfach doch los zum Farmen. Und dann haben wir genug. Ja. Weil wir hatten ja Street einmal 10 Stacks Eisen gegeben. Und ja, wir haben immer noch 14, na ja fast 15 Stacks. Haben wir? Ja. Ja. Wo sind die Zinsen dafür? Jetzt im Ernst? Was denn? Ich laufe gerade zweimal auf dich zu und würde ich schauen. Ich schaffe jetzt jedes Mal. Ich bin zu schnell. Osmium Dust. So, eins kann man quasi machen. Einen Solar-Panel? Einen Advanced. Oh, okay. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal. Hast du noch einen mit Deloy über? Wird gerade produziert. Okay. Sehr gut. So, einen mit Deloy. Und... ...die... ...Solar... ...Generatoren. Einen Advanced Solar-Generator. Heiliger Scheiße, wir haben es geschafft. Sein ist der Zombie. Warte, 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 warte. Knack mal den, glaube ich, erstmal hier, ne? Oh. Eieieiei. Eieiei! man kann sogar drauf stehen. Ja. Sehr cool. Gut, ich würde sagen. einen haben wir fertig, die restlichen machen wir dann in der nächsten Aufnahme das können wir euch jetzt schon mal vorbereiten, wird ja dann auf jeden Fall schon schneller gehen würde ich sagen ich glaube der braucht echt 4 weil der steht incomplete ja ja, der braucht 4 ach du heilige Scheiße was hast du denn gedacht, einer reicht? ja was für eine Traumwelt lebst du denn? keine Ahnung äh, darf ich dich mal ändern welches Mod-Fack wir hier zocken? ja ich dachte, es wäre schwerer denk dran, uns erwartet noch die 5-fache für Erzverarbeitung ja, die hab ich irgendwie nicht gefunden und nicht gecheckt ah, ich hab die ja auch schon gesehen gut, würde ich sagen war's der Tor heute wenn ihr mehr von uns sehen wollt gebt uns doch gern mal ein Like ab schaut doch auch mal beim Backerman, beim Trivolo oder beim Sweetdigger vorbei abonnieren ist erlaubt favorisieren oder wie gehen wir in der Sprache ist mir auch grad egal auf jeden Fall wenn euch die Folge gefallen hat Daumen hoch wenn nicht Kritik, Anmerkungen alles in die Kommentare von mir aus auch gerne dann ein Dislike und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP R.E.T. Version 2 Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü